Heute zeige ich euch etwas ganz Besonderes, das man nur einmal in seinem Leben backen darf. Natürlich mit Hefewasser. Viel Spaß beim Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Habt ihr schon mal von einem Glücksbrot gehört? Also Glück in gebackener Form. Also jedes Rezept, das ich euch hier auf meinem Kanal zeige, ist für mich besonders und ich möchte euch noch ganz viele Dinge mit Hefewasser zeigen. Heute gibt es aber etwas, das es nur einmal für mich gibt, das ich nur einmal in meinem Leben machen darf. Und da bin ich froh, dass ich es gefilmt habe. Hier sind die ersten Zutaten. Das ist der Tag 1. Hefewasser, dann hier Ei, ein bisschen Öl und dann im Hintergrund seht ihr ein bisschen Dinkelmehl. Das Hefewasser gebe ich als erstes hinzu. Dann kommen hier noch eben die Eier. Das genaue Rezept findet ihr natürlich wie immer unter diesem Video verlinkt. Dann füge ich das Öl hinzu. Und wenn ihr neu hier auf diesem Kanal seid und noch gar nicht wisst, wie man überhaupt Hefe selber zu Hause machen kann, schaut oben rechts, da verlinke ich es euch. So und das Ganze vermische ich jetzt ein bisschen. Wie gesagt, das ist der Tag 1. So sieht das Ganze aus und während ich das miteinander vermenge, muss ich meine Wünsche äußern. Die ganze Zeit beim Rühren, das ist schon ein bisschen kompliziert, habe ich festgestellt. Danach decke ich den Behälter ab und lasse es bei Zimmertemperatur stehen. Und nach zwölf Stunden geht es dann weiter. Hier guckt mal, die Hefe hat doch richtig gut gearbeitet. Also das läuft doch schon mal gut. Normalerweise dauert dieser Teig sechs Tage und dank dem Hefewasser halbiert es sich. So hier kann ich nochmal 200 Gramm hinzufügen und dann wieder meine Wünsche äußern. Das habe ich natürlich zwar laut gemacht, aber für euch jetzt nicht ersichtlich. Da dürft ihr auch alles nennen, was ihr euch wirklich wünscht. Ich habe zuerst überlegt, ob ich das eher so wie eine Affirmation mache und sage, ich bin glücklich, gesund, was auch immer ich daran genommen habe, weil das ja viel stärker ist, als wenn ich sage, ich wünsche mir, aber ich habe mich wirklich tatsächlich daran gehalten. So, Deckel zu, zur Seite gestellt, wieder zwölf Stunden abwarten und was hat sich getan? Ja gut, der Zucker hat sich ein bisschen abgesetzt, ansonsten, ich rieche mal dran, das ist alles noch gut. Ich war mir ein bisschen wirklich unsicher, so viele Tage hintereinander und dann mit Eiern. So und dann habe ich hier die Milch, die ich hinzugebe. Tatsächlich muss ich gestehen, ich hatte an dem Tag keine Milch zu Hause. Ich habe so 50 bis 75 Milliliter Sahne genommen und den Rest mit Wasser aufgemischt, war aber von der Konsistenz tatsächlich gleich. Das vermenge ich und auch da wieder Wünsche. Man kommt so langsam auch in die Routine und auch hier kommt wieder der Deckel drauf. Ich stelle es zur Seite und lasse es zwölf Stunden bei Zimmertemperatur stehen. So weit, so gut. Nach diesen zwölf Stunden, wie sieht der Teig da aus, ich bin schon sehr gespannt wegen der Hefe. So, ja noch nicht so viele Blasen, aber man sieht, das arbeitet trotzdem schon wieder und dann habe ich hier wieder das Dinkelmehl 200 Gramm und auch das packe ich hinzu. Ich kannte ja das Glücksbrot noch gar nicht. Der Legende nach darf man es tatsächlich nur einmal in seinem Leben backen. Es darf nur zusammen mit der Familie gegessen werden und jedes Mal, wenn ihr eine Zutat hinzugebt, Wünsche äußern, ganz ganz wichtig. Und es kommt angeblich aus Rom und wenn man ein Glücksbrot isst, dass man nicht im eigenen Haushalt quasi gebacken hat. Also wenn ihr jetzt von Bekannten oder Freunden eine Scheibe esst, dann bringt das Unglück. Und ihr müsst einen Teil dieses Teiges dann an Freunde oder Bekannte weitergeben. Komme ich aber gleich noch zu. So zwölf Stunden später hat sich das hier doch gut entwickelt. Es gibt viele Blasen und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Zwei Schritte fehlen noch, also einen Tag. So, das ist doch richtig toll. Das Hefewasser ist wirklich klasse, aber die Schüssel ist voll. Also bei den Zitaten, die jetzt noch kommen, da muss ich ein bisschen was umändern. Klappt natürlich sehr gut. Wir haben ja die Kenwood Cooking Chef. Das heißt, das packe ich alles in diesen Behälter. Das läuft so. Und wie gesagt, also der Legende nach darf man es nur einmal in seinem Leben backen. Ich finde, es ist so ein bisschen wie der Hermann aus meinen Kindheitstagen. Das war ja auch so ein Teig, den man quasi jeden Tag füttern musste und den man dann auch verschenkt hat an seine Freunde. Und dieses Brot soll Glück bringen und am besten isst man das auch tatsächlich nur mit der Familie, keine anderen. Und wie gesagt, später von dem Teig soll man zwei bis drei Portionen davon abnehmen und diese dann an Freunde und Bekannte weiter verschenken, die dann bei dem Schritt zwei hier von diesem Video teilnehmen. So, Teig ist umgefüllt. Ich habe es nicht lange stehen lassen. 10-15 Minuten. Guckt mal die Blasenentwicklung. Hammer! Ist wirklich super. So, jetzt kommt wieder meine Milch. Die gieße ich einmal hinzu. Das sind 200 Milliliter. Ihr könnt das mit Sicherheit auch mit pflanzlicher Milch machen übrigens. Dann hier wieder der Zucker, denn die Hefe braucht noch ein bisschen Futter. Naja, eigentlich nicht. Die hat ja richtig gut Kraft hier. Ich rühre das schon mal ein bisschen um, äußere ein paar Wünsche, damit das sich gleich besser verteilen lässt mit dem Milch. Der Teig, der ist ja schon durch das Öl, hat ja so eine spezielle Konsistenz und da finde ich das angenehmer, wenn ich da zuerst die flüssigen Zutaten mit hinzugebe, damit sich das gleich mit dem Mehl besser verteilt. So, hier wieder Dinkelmehl, auch 200 Gramm. Ihr könnt es sicherlich auch mit Vollkorn machen, das funktioniert sicherlich genauso gut. So und während ich hier rühre, möchte ich mich auch nochmal bedanken. Einmal natürlich bei euch für die Möglichkeit, dass ich hier immer meine Videos zeigen kann, dass ihr mir so toll Unterstützung leistet. Und apropos Unterstützung, ich biete hier auch seit einiger Zeit Mitgliedschaften an und da möchte ich mich bei meinen Unterstützern bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr für mich da seid und mir noch helft, den Kanal immer besser zu machen. Ich arbeite wirklich unter Hochdruck dran. Wow, zwölf Stunden später sind hier die Blasen. Also ich arbeite wirklich unter Hochdruck daran, jedes Video für euch noch besser zu machen als das vorherige. So und guckt mal, wie cool das aussieht. Eier, Hefe, Wasser kommen da mit rein und wie schön das in diesem so gut aufgegangenen Teig wirklich so versinkt. Also ich finde das echt faszinierend. So das Mehl und ich habe zwischendurch überlegt, ob ich das vielleicht mit meiner Küchenmaschine umrühre. Aber ich möchte das ja wirklich richtig machen und ich möchte auch, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Das Öl gebe ich noch hinzu und dann werde ich es wieder hier mit meinen Wünschen beschwören und rühre das Ganze jetzt nochmal mit meinem Rührlöffel um. Ganz vorsichtig und wir haben es fast geschafft. Ich packe das jetzt nochmal eben zur Seite. Ja, es muss ein bisschen sauber sein und deck das dann wieder ab mit meinem Bienenwachstuch. Ihr könnt auch eine Folie nehmen oder vielleicht habt ihr auch einen Deckel. Gibt es leider für die Kenwood Cooking Geschäft noch gar nicht. Das wäre vielleicht eine Anregung. So und dann habe ich hier eine gefettete Form. Ich habe noch mal ein paar Stunden gewartet, bis da sich wieder die Blasen gebildet haben. Der ist gut aufgegangen, aber ich habe zwischendurch einen Test für euch gemacht. Jemand hatte gefragt, wie viel in die große Silitform reinpasst, ob das ein Kilo sind oder wie viel genau. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das kommt auch in den nächsten Tagen. Also bitte nicht wundern, der Teig war sehr, sehr gut aufgegangen. So das Ganze fülle ich jetzt hier einmal hinein. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Und dann habe ich das so gemacht, das was dann übrig blieb, weil das nicht in die Form gepasst hatte. Also ich habe quasi zuerst geguckt, dass die Form ordentlich gefüllt ist. Das habe ich dann zerteilt und dann Freunde und Bekannte weitergegeben. So und das ist quasi wie so ein No-Need-Brot, beziehungsweise es ist ja tatsächlich durch den Zucker eher so ein Kuchen, finde ich. Also weil Eier und Milch und Zucker drin sind, hat das für mich nichts von einem Brot. Es wird aber unter Glücksbrot online deklariert, also darunter findet ihr was. Und ich bin schon sehr gespannt, wie euch das nachbacken gelingt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das mit den Wünschen klappt. So hier habe ich den restlichen Teig. Das könnt ihr gleich mal sehen, wie das von der Menge ist. Das ist meine große Pyrex-Form. Und das habe ich jetzt tatsächlich in zwei Hälften geteilt und das weiter verschenkt. Und wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt, wann sich die Wünsche und in welcher Form erfüllen, die ich da gemacht habe. Wobei ich manchmal auch überlege, ob ich den nicht vielleicht nochmal mache, weil der richtig, richtig lecker ist. Und guckt mal hier, kurze Zeit hat er nur gestanden, nur während des Umfüllens und da hat sich schon wieder so eine riesige Blase gebildet. Also lasst euch überraschen, wie der wird. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm doch einen Daumen hoch und am besten teilst du es, damit so viele wie möglich erfahren, wie einfach man Hefe selber herstellen kann und wie simpel es ist, hier mit zu backen. Und wenn du so weitere Videos über das Herstellen der Hefe erfahren möchtest und auch hier, wie du siehst, Videos mit abwechslungsreichen, köstlichen Rezepten sehen willst, dann abonniere den Kanal und vor allem aktiviere die Glocke. Huch, das war die Kamera. Dann siehst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und guck dir das an, der ist richtig, richtig gut geworden. Ich hatte den Backofen auf Ober- und Unterhitze bei 180 Grad vorgeheizt, ein bisschen Wasser hineingestellt. Das Brot, beziehungsweise eigentlich ja den Glückskuchen, hier nochmal eben ein bisschen mit Wasser besprüht und ist ungefähr 40 Minuten gebacken. Und auf dem Bildschirm siehst du noch viele weitere Videos von mir für dich. Liebe Grüße, deine Emma. Mmh, lecker. ... ...